Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen außerplanmäßigen Video. Es geht um meinen Premium-Bereich, das Dashboard. Die Grafik kennt ihr hier sicherlich schon. Blende ich ab und zu mal ein bei meinen Ausführungen. Und danach kommen fast immer E-Mails, was ist denn das Dashboard? Kann ich da mal reinschauen? Ich verstehe darunter ja gar nichts. Und das machen wir mit diesem Video jetzt einfach mal. Ich stelle es euch kurz vor. Das ist der interne Bereich auf meiner Webseite trading-portal.net wo ich mir von früh bis morgens aufhalte und meine Einschätzung für euch poste in einem exklusiven Chat. Das kann sich durchaus lohnen. Daher blicken wir einfach mal hinein. Wir gehen auf meine Webseite drauf. Hier ist nochmal die Adresse zu erkennen. Das ist erstmal der Infobereich, wo ihr denn diesen Premium-Surf zu sehr günstigen Preisen buchen könnt. Ihr könnt diese auch sehen. Aktuell 12,99 Euro für einen Monat. Ich glaube, das ist in dieser Branche sehr, sehr günstig. Es wird ja eine Preisanpassung geben zum Jahreswechsel, wovon Bestandskunden jedoch ausgenommen sind. Deswegen lohnt sich das vielleicht jetzt noch im letzten Monat von diesem Jahr, es einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, da gibt es dann zum Jahreswechsel eine kleine Preisanpassung und vielleicht kommt auch ein kleines Feature hinzu. Aber das schauen wir uns dann an. Also hierüber könnt ihr es buchen. Tradingportal.net slash Premium. Findet aber auch über meine Webseite. Hier steht es ja ganz groß. Premium dran. Aber gehen wir in den exklusiven Bereich hinein. Das Tradingportal.net Dashboard. Der interne Bereich rufe ich einfach mal jetzt hier live auf. Dann lädt diese Seite, die relativ groß ist. Vorteil dieser Seite ist natürlich ohne jegliche Werbung. Hier lädt auch zum Beispiel schon der exklusive Chat, wo ich fleißig dann immer poste. Könnt ihr dann hier schauen. Von früh bis abends. Meistens ab um sieben bis, manchmal bis um zehn. Also wirklich regelmäßig begleite ich euch da. Und das für 12,99. Das ist das meiste Feedback. Es war eigentlich, das ist ja viel zu günstig. Das hört man natürlich sehr gerne. Aber es soll sich eben auch jeder leisten können. Da poste ich aktuelle Einschätzungen, aktuelle Bewegungen am Chart. Veränderungen in den Chartbildern, neue Unterstützung, Widerstände etc. Werden dann hier gepostet. Mögliche Tradingideen. Und ja, die findet ihr dann alle hier. Das ist der Chat, der ist nur für die Premium-Mitglieder einzusehen. Und die können dann auch mit hier durchaus posten und Fragen stellen. Es gibt auch den öffentlichen Chat, den wir hier haben. Aber wie gesagt, dieser ist ein extra Bereich. Und das ist mit das Kernstück vom Dashboard. Aber es kommt natürlich noch mehr. Meine aktuellen Tagesinformationen kommen hinein für die aktuelle Marktlage. Dann für den DAX auf Intraday-Basis. Aber auch auf größerer Sicht, Wochensicht, um uns einzuschätzen, wo sind Widerstände, wo sind Unterstützung, werden ja natürlich auch alle genannt. Mögliche Gaps, mögliche Impulsgeber, mögliche Trigger-Zonen. Und wenn es eben Veränderungen gibt, werden die hier dann sofort auch gepostet. Hier für den DAX hat man den Cluster, die heutige Unterstützung, die heutigen Widerstände live gepostet, als es soweit war. Das kommt natürlich in den Trading-Chat hinein. Aber eben auch für alle, die kurz die Informationen zusammenfassen möchten, wo wir aktuell stehen, sind diese Bereiche gedacht. Natürlich auch die sämtlichen Pivot-Punkte, die meiner Meinung nach über diese Zeitebenen sehr, sehr wichtig sind, sind hier zu finden. Natürlich mit Erläuterung, wie man sowas denn auch handhaben soll. Weiterer großer Punkt sind die US-Indizes, die ich natürlich auch mit anspreche. Auch hier übergeordnete, auf mehrere Wochen gesehen, aktuelle Lage im Chart für den S&P 500, Dow Jones, Nasdaq hier auch. Und untergeordnet für den Tag. Jeden Morgen gibt es eine neue Einschätzung. Natürlich auch die Pivot-Punkte hier zu sehen, auch am Tag vorher bereits für den kommenden Tag, wo direkt vorbereitet ist. Und ja, die sämtliche Einschätzung übergeordnet, wer hat die einzelnen Chart-Bilder, die ich euch vorstelle, sind hier jeweils einzusehen. Aber auch zusätzliche Bilder, wie die heutigen Tagescluster zum Beispiel, sind zu finden. Übergeordnete Bilder. Oder alles hier mögliche, Retracements, verschiedene Zeitebenen. Also die Grafiken, die ihr aus meinen Videos kennt, hier zu finden, immer aktuell. Und natürlich auch zusätzliche Grafiken, wie hier, wenn wir jetzt mal reinschauen, in S&P 500, das Tagesshort, hier die Wochenschort mit den einzelnen Wochenclustern. Die kennt ja jetzt gar nicht mehr so aus meinen Grafiken. Auch die einzelnen Tagescluster werden hier aufgeführt. Die findet ihr dann hier ebenso. Also sehr, sehr viele Chart-Bilder, auch übergeordnete Bilder, etwas, auch ein bisschen was Fundamentaldaten sind hier zu finden. Und noch allgemeine Informationen, Termine etc. Also es ist eine ziemlich große Seite, das Dashboard. Aber das Kernstück sind natürlich meine sämtlichen aktuellen Chart-Bilder. Tagescluster, Wochencluster etc. Einschätzung für die US-Indizes, übergeordnet und tagaktuell für den jeweiligen Handelstag. Und natürlich ganz groß, aktuelle Marktphase, DAX, Einschätzung und das große Kernstück ist dieser exklusive Chat, wo ich mich von früh bis abends aufhalte. Ja, das ist das Dashboard, werbefrei, wartet es hier auf euch mit dem exklusiven Chat. Wer von mir quasi nicht genug bekommen kann, der schaut einfach mal vorbei, kommt da mit hinein, kommt mit in die Community, kommt ins Dashboard und der hat mich halt von früh bis abends und da können wir gerne gemeinsam über den Markt reden, fragen, könnt ihr gerne stellen, ich antworte sehr gerne, sehr gerne, zeige ich euch mehrere Chart-Bilder. Funktioniert alles wunderbar, wer Interesse hat, einfach hier vorbeischauen, den Link gibt es in den Kommentarbereich, würde mich freuen. Wie gesagt, Dezember, letzte Chance für diese ganz günstigen Preise hereinzukommen, die wirklich total branchenuntypisch sind, dann gibt es eine Preisanpassung. Also wer jetzt noch der Sparfuchs sein möchte, dann müsst ihr jetzt dabei sein und buchen. Das soll es gewesen sein, jetzt das Dashboard, endlich mal richtig vorgestellt, mal reingeschaut und vielleicht ist es ja was für euch. Es würde mich freuen, ansonsten sehen wir uns halt auf Tradingportal.net im freien Bereich oder hier auf diesem Kanal. Vielen Dank, mach's gut und ciao.